hallo minecraft willkommen zurück zu minecraft projekt letzte folge haben wir hier unseren anvil und unseren zaubertisch benutzt um uns eine iron pickaxe efficiency 3 zu machen und was ihr hier jetzt schon seht ist folgendes 1,2 attack speed 4 attack damage und hier ein kleines symbol das heißt ganz einfach ich habe den server auf 1.9 geupdatet war gar nicht so schwer wie ich angenommen hatte ja das war einfach ein klick in den server einstellungen bei meinem booster und dann hat es schon funktioniert das ist sehr cool freut mich um Kompliment an den an den nur an den höhen Huster in dem Fall da hinten steht ein zombie erst denken dann sprechen was damit natürlich auch einhergeht ist ganz einfach das dass die monster auch und alles ein bisschen schwerer werden okay den habe ich gerackt da kommt der nächste warum hat war hey den anderen habe ich mit drei schlägen gekillt und daher wollte gar nicht sterben was soll denn das da hinten stehen skeletterns skeletterns muss man aufpassen die sind ganz schön stark in der 1.9 geworden die treffen auch viel besser finde ich so aber im allgemeinen bin ich ganz schön zufrieden was die 1.9 angeht ich hatte ja das kurze vergnügen auf einem server von einem bekannten mit der 1.9 zu spielen oh da stehen zwei zwei creeper zwei creeper stehen da eigentlich hatte ich mir mit der spitzeige gedacht wir gehen mal in nether und das machen wir jetzt auch die sounds sind natürlich auch anders geworden alles alles so ein bisschen modifiziert hier bei minecraft gefällt mir natürlich sehr gut ich hoffe euch auch so dann gehen wir mal in nether wir müssen einen haufen netherrack fahren damit wir uns das hausdach oben noch leisten können hatten wir hier nicht schon was gebaut hatten wir hier nicht schon was gebaut was sind das oh meine fresse das nether portal ist völlig völlig mit lava bedeckt jetzt ich habe mich nicht nur in ruhe hoffentlich überlebt ich will nicht sterben Der geht voll ab, dieser scheiß Dinger da. So, deshalb hatte ich mir die Effizienz-Spitzeige gemacht. Weil man damit einfach unglaublich schnell Natterrack abbauen kann. Weil ich davon auch so viel brauche. Ganz einfach darum. Wir haben jetzt natürlich ein Problem, dass unser Natterportal hier mit Lava voll ist. Das heißt eigentlich, wir haben nur eine Möglichkeit, uns da hochzubauen. Und da oben die Lava zu killen. Sonst ist das hier... Oh, das sind Haufen Zombie-Pigments. Sonst haben wir hier nämlich ein Problem. So, den... Oh, nein, 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 nein. So machen wir das hier nicht. Die Lava da oben brauchen wir mal zu. What's closed down? Ich wollte jetzt eigentlich hier nur noch den Ding mitnehmen. Den Quarz. Und da war ja auch noch welcher. Ja, den lassen wir nämlich nicht einfach liegen. Den Quarz kann man gut gebrauchen. Das ist so ein Design-Element. Müssen wir dann mal gucken, was man damit alles anfangen können. Außerdem gibt er viel Level. Ja. Also verzaubern. Unser Zuckerrohr ist nämlich auch schon gewachsen, habe ich gesehen. Und deshalb können wir Level gebrauchen. So, außerdem will ich natürlich auch hier jetzt nochmal bekannt geben, dass immer noch Leute hier auf den Server drauf können, ja. Also ihr könnt euch einfach melden. Durch einen Kommentar, dann schreibe ich euch an. Durch eine Nachricht auf mein E-Mail-Konto. Das E-Mail-Konto seht ihr auf meinem Kanal. Und ja, dann finden wir uns schon zusammen. Das sollte nicht das Problem sein. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich auch noch ein bisschen Kloster damit. Kann man ja gebrauchen. Wir haben ja noch keine richtige Beleuchtung im Dorf. Im Grunde gibt es eigentlich noch gar kein Dorf. Ich habe hier auch jetzt mein Texture-Pack drauf. Das Invictus, glaube ich. Gucken wir gerade mal rein. Genau. Falls ihr noch irgendwie eins habt für die 1.9. Dürft ihr mir das gerne weiterempfehlen. Also ich wäre gerne bereit, da noch das ein oder andere Texture-Pack vorzustellen oder auch selber zu nutzen eben. Okay. Und es ist passiert, was ich gedacht habe. Ich bin im Nähte gefangen. Oh, meine Fresse. Ich habe, glaube ich, kein Feuerzeug dabei. Und kein Holz dabei. Und das Neto-Portal ist ausgegangen, als die Lava da reingefallen ist. Ach, Mann. Das habe ich mir vorhin schon fast gedacht. Ach, wie kacke ist das denn? Mann. Das ist doch Hühner-Frikassee. Mann. Also jetzt geht es nicht mehr darum, zu sagen, hey, ich will, dass jemand mitspielt. Sondern ich brauche jemanden, der mich hier rettet. Der zu mir hier in Neto kommt und mich bzw. das Portal nutzt, das in der Oberwelt platziert ist. Ey, das habe ich jetzt... Ich habe die Ahnung gehabt, als ich gesehen habe, oh, scheiße, da kommt Lava. Aber, dass es wirklich passiert, wollte ich eigentlich nicht wahrhaben. So, was machen wir jetzt? Also, ihr seht ja hier, das ist alles ein bisschen verschoben. Deshalb wäre ein neues Texture Pack sehr sinnvoll. Ich baue jetzt halt hier mal so eine kleine Basis in den Neto rein. Der Soulcent macht ganz schön langsam. Ich glaube, das war früher nicht so. Also, dass er es so arg abgeschwächt hat. Ist aber, denke ich, eine ganz interessante Alternative. Oder ein ganz interessantes Gimmick. Und das nächste Problem ist... Ah, doch, da habe ich noch eine normale Spitzhacke. Aber trotzdem. Ich habe nicht mal Ressourcen dabei. Ja, mit ein bisschen Holz hätte ich da schon was machen können, dass ich da wieder rauskomme. Aber so wie es jetzt gerade ist, sieht es ganz schön schlecht aus. Also, wer sich berufen fühlt, mich hier aus der, äh, aus dem Neto zu retten, der darf sich gerne bei mir melden. Ähm, wäre ich sehr dankbar. Wie gesagt, äh, Voraussetzung ist eigentlich ganz normal die, äh, Minecraft Vanilla 1.9. Die sollte ja inzwischen jeder haben können. Äh, und dann einfach die Nachricht an mich, dass ihr hier mitspielen wollt. Und dann, äh, äh, organisier ich das schon. Ist ja mein Server, also ich kann euch einfach drauflassen. Äh, ach, wisst ihr, wisst ihr, wie gemein das ist? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Habt ihr schon mal, habt ihr schon mal so viel Pech gehabt, dass ihr im Neto gefangen habt? Aus. Ihr könnt ja nicht mal, ich kann ja nicht mal was dafür. Oh, fuck. Falsch gebaut. Ne, ich kann, ich konnte ja nicht mal was dafür. Das war durch die, durch das Update auf die 1.9, ähm, hat er den Neto neu generiert. Und bei der Neugeneration, ähm, hat er einfach gedacht, ach, machen wir mal hier ein bisschen Lava oben drüber. Supi. Freut mich. Total. Mensch. Mensch, Markus. Und ich dachte, ich gehe jetzt. hier mal kurz her, machen ein bisschen ein Matarag weg und dann ist alles wieder gut. So, wir machen jetzt auch die Zacki hier und machen wir nicht ganz kaputt. Weil sonst, ähm, kann man die nicht mehr reparieren. Da gibt's eine andere Möglichkeit, aus dem Neto zu entkommen. Wenn ihr die wisst, schreibt mir die in die Kommentare. Ich bin um jeden, jeden Tipp, äh, dankbar. Weil ich kann jetzt hier gleich nichts mehr machen, sobald ich eigentlich die Spitzhacke hier verloren habe. deshalb hebe ich mir die auch noch ein bisschen auf. Aber ich wollte hier nur ein bisschen Neto Rack fahren für mein, äh, Häuschen. Und dann kommt's wieder ganz anders. Es kommt immer anders, als wie man denkt. Das ist nervig, das ist nervig. Das, 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 das ärgert mich innerlich extremst, ja. Auch wenn ich, wenn ich gerade so, eher so leise bin. Aber es kann ja wohl nicht, kann ja wohl nicht angehen. Und warum passiert es unge, ausgerechnet mir? Oh man, man. Erstmal da diese komische, äh, Antrieb, Kring hier. Der scheiß, äh, Garst. Der mir das Leben schwer machen wollte. Und jetzt, äh, ja. Jetzt das. Und vor allem Essen habe ich auch nicht. Also ich, also doch, ich habe ein bisschen was am Essen. Aber nicht viel. So. Hier machen wir mal zu. Und dann, äh, ja, warte ich auf eure Hilfe. Bitte, bitte, bitte. Irgendjemand muss mich aus dem Nähter retten. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.